Moin Leute wir kommen zurück zu einer neuen Folge von The Division. Was geht ab? Wir waren ja in der letzten Folge auf dem Weg zur Operationsbasis, haben 2-3 Nebenmissionen gemacht, mein Kollege ist eine Stufe aufgestiegen und jetzt geht es weiter zur Operationsbasis. Gleich ja, wir machen noch, hier in der Nähe ist ein großer Nebenansatz, den können wir noch machen, der ist für Level 16 und dann können wir zur Operationsbasis ins Porten. Aber wir haben hier noch ein Safehouse, das können wir noch aktivieren, dass wir die Nebeneinsätze noch sehen, damit wir überall noch was abgreifen können, hier ist ja auch schon wieder ein nächster Nebenansatz. Ja, dann salvern müssen wir das ja auch noch salvern hier. Müssen wir den Schalter aktivieren. Unterstützung, ja. JTF Verstärkung anfordert. Bravo, Feindkräfte nähert sich. Wir sind hier dahinter, das war schnell. Jo, das war ein schneller Einsatz. Oh, wieder 60 Punkte für einen Sicherheitsflügel. Ja. Gehen wir hier ins Safehouse. Aua, und dann machen wir den großen Nebeneinsatz. Da gibt es wieder 500 Punkte für einen Techflügel, ach ne, Sicherheitsflügel. Hier, Arme. Ich habe zwar selber fast nichts zu essen, aber ich gebe dir trotzdem was. Er hat schon wieder einen Hund abgeschossen. Richtiger Wichser. Ich kann dich ja mal abschießen. Ja, geht nicht. Ja, leider. Ich mache mal die Tür hier auf. Moin. Moin. Tag. Nichts los hier. Bisschen Munition. Wo ist denn hier die Karte? Waffenhändler, was hat er denn? Nur Scheiße. Hier ist er. Ein paar Nebeneinsätze. Hier ist auch noch die geile Karte. Okay, ist ja nicht viel, was hier los ist. Hat er nur Scheiße, ne? Wo ist denn der Typ? Ach, der hat ein MG, ne? Ja. Ein pinkes sogar. Echt jetzt? Ja. Ne. Doch. Ganz unten. Alter. Machst du so viel Geld? Hm, wo steht denn mein Geld? Unten rechts. Geldbörse. 8263. So wenig hast du? Ja. Muss mal was verkaufen. Habe ich schon. Ich habe nichts zu verkaufen mehr. Warum hast du so wenig Geld? Der hat auch einen Griff in lila. Meinst du nicht, dass es vielleicht 80.000 sind? Ne, 8.000. Okay. Warte, ich kann ja mal gucken. Wenn du die Waffe kaufen willst, ist die Zahl entweder rot oder weiß. Nicht genügend Währung. Okay, was hast du denn gekauft? Ich habe nichts gefunden. Äh, ich habe meine Sachen mal am Ende, also hier im Inventar, ne? Verbessert habe ich vieles Blau, ne? Achso. Du kriegst ja auch viele Sachen. Im Blau findest du ja, musst ja nicht verbessern. Nein, nicht verbessert, halt angezogen jetzt, ne? Achso, ja, aber das hat ja nichts mit deinem Geld zu tun. Und ich habe auch die alten Sachen verkauft, aber die waren halt nicht viel wert, ne? Sag ich mal. Hm. Ja, komm. Ja. Aber ich habe 20.000. Okay. Ne. Ich habe ein gutes MG. Alter, die geben mir alle wieviel Punkte. Ach, Alter, die eine Mission gibt dir 100.000 EP. Ach, ne. Aber 40.000 gibt die, ey. Welche Stufe brauchst du? Nur eher die normale. Ist ja nur ein Nebeneinsatz. Gibt halt ordentlich Punkte, du. Hm. 40.000 ist schon viel. Für so einen verkackten Nebeneinsatz. Ja, das stimmt. So, mal Sniper weggelegt und MG ausgepackt. Okay. Nach dem gestohlenen UAV gucken. Mach mal deinen Filter an. Äh, deinen Scanner. Da oben. Ach, hier können wir hoch. Oh, die sind schon lila. Fiech. Da haben wir sie weggerotzt. Die Scharfschützer. Mhm. Verstärkung neutralisieren. Hier ist eine Kiste. Und eine Schrotflinte habe ich. Fiech. In grün. Ja. Willst du die haben? Nö, nö. Ich habe meine Waffen. Alter, die sind alle lila. Wäre doch nicht schlimm. Oh, die halten bei weitem nicht so viel. Du hast auch deine Fähigkeit, um dich zu halten, ne? Ja. Das darfst du nicht vergessen. Da musst du nicht immer dein Midi-Pack nehmen. Wo ist der andere? wieder 40.000 punkte die sie verdient bin gleich stufe 17 fast 18 zur hälfte habe ich schon was waren das jetzt hier für nebenansatz der den uv filter finden für welchen flügel denn ist ja schon vorbei der nebenansatz die punkte wie der nebenansatz gibt nämlich gute punkte weiter ich hoffe dass jetzt auf der e3 der zweite teil vorgestellt wird von der wischen das wäre richtig geil weiter du schießt einfach auf leute hier sind kisten zwei stück drei mit werkzeug öffnen wir mal deinen auch so der ist gerne schon verbracht komm mal lieber hier hoch wo geht es denn hier hoch ach da ist die lade das ist immer noch dieselbe mission die filter holen ja teil 2 ich kann benutzen ja toll das hat es mir jetzt auch gebraucht du musst die fähigkeit doppelt drücken dann ist es auch für dich selber die letztes mal schon gesagt wenn du die nur einmal tönnest dann schießt er die irgendwo hin wo gehen wir denn hin jetzt ey? ja hier irgendwo müssen die EUV fütter habts schon alter noch teil 3 dürfen wir wieder zurück latschen oh alter ach uv ja uv irgendwie alter keine zeit für fallen entschärfen sie 5 fallen durch beschuss meine Güte ich kann wundern dass die jetzt so viele punkte hergibt wenn ich hier hin und her latschen muss schreib das ist ein gelaufen ey meine güte ja genau wenn sie nicht teilen möchte möchte sie nicht teilen schön nein bin ich nicht wir sind war richtig wir müssen noch weiter laufen nur wenn es auf dem weg ist wenn wir hier sowieso dran vorbeilaufen können wir das auch noch machen das ist zwei minuten wir sind wir sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ganz toll Von der ersten Seite wieder GDF macht gar nichts Oh, Alter, diese Fotzenköpfe, ne? Ach, da bist du ja Aber wir haben wieder Punkte für den Tech-Flügel Und jetzt Jetzt ist aber die andere Mission weg Ne, die läuft hier immer noch Da willst du eigentlich die Sachen ein, die hier so rumliegen immer? Die ganzen Waffen? Die meisten schon Ja, am besten alle Ich sammle alles ein, was ich hier finde Alles verkaufen, alles Geld Na, Alter, hier hängt einer Da hängen zwei Die drehen ab, Alter Ich hab die Teile So So, ich würde sagen Und den Restchen sind wir dann in der nächsten Folge von der Vision, ne? Ja, auf jeden Fall Also, haut rein Haut rein, Leute Ciao Ciao